Liebe Freunde des Wiener Kabinettorchesters und der Wiener Geschichten, herzlich willkommen zurück in meinen persönlichen Kabinett. Ich habe heute wieder einmal eine Frage an Sie. Sprechen Sie Wienerisch? Verstehen Sie Wienerisch? Habt ein schönes Wort gefunden. Heute will ich von Ihnen wissen, was ist ein Quagelstecher? Was sind Quageln? Was ist ein Stecher? Hat es was mit dem Essen zu tun oder ist es doch ein Gartengerät? Es ist nichts von all dem. Der Quagelstecher wird im Wienerischen bezeichnet als ein rechter Nörgler, ein Pedant, einer, der es immer hinten nach besser weiß. Tja, in diesem Sinne, ich bin keine von denen, die es besser weiß. Ich mache einfach das Beste aus dem, was der Tag hergibt, trinke meinen Evel Kaffee und gehe nachher in den Garten und schaue nach meinen Bienen. Schönen Tag noch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017